Servus, ich bin der Georg und ich zeige euch heute mein Grätzl. An dem Grätzl mag ich besonders diesen Übergang von der Stadt aufs Land, dass ich sowohl schnell in die Straßenbahn springen kann, in die Stadt fahren kann, aber auch schnell auf dem Weinberg oben bin. Dieses suburbane Feeling, das mag ich ganz gern. Karl Marxhof ist der längste Gemeindebau Österreichs, wahrscheinlich nicht der größte. Es gibt große Tore gegenüber dem Bahnhof Heiligstadt, damit die Menschenmassen, die zum Vienna-Fußballplatz gingen, da bequem durchgepasst haben. Der 1. FC Vienna, das ist der Fußballklub hier im 19., also der tollste Klub, es gibt noch andere kleine, aber es ist der älteste Wiener Fußballverein, die Vienna. Ich komme aus einer Weingegend, mütterlicherseits, aus dem Weinviertel und so wahrscheinlich fühlt man sich dann noch verbunden mit den Weinbergen. Ich bin ein richtiger Tüblinger. exhibierend, speaking cooper soll immer noch von hieran da kommen und so etwas sein